Ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause, großes Kompliment und Lob der Mannschaft für die Leistung. Es war nach der Niederlage gegen Bayern eine sehr gute Reaktion, punkto Kompaktheit im Defensiven, auch Aggressivität, aber auch mit dem Ball, mit viel Persönlichkeit gespielt. Von Anfang an gute Szenen, gute Torchancen, die müssten eigentlich in Führung gehen. Wir haben dann im Verlauf der zweiten Halbzeit auch ein bisschen gelitten, wo Betis sicherlich auch ihre Torchancen hatten. Am Schluss gehen wir mit einem guten Gefühl nach Hause, aber auch mit dem Gefühl, dass wir in den letzten 15 Minuten noch die ein oder andere Torchancen gehabt haben, wo wir, wenn wir effizienter oder auch ein bisschen Wettkampfglück gehabt hätten, die drei Punkte mitgenommen hätten. Danke, Geraro. Gibt es Fragen? Gibt es Fragen? Gibt es Fragen? Ich habe es nicht genau gesehen. Ich glaube, der Spieler wollte irgendwie schlecht koordiniert diesen Angriff abwehren. Der Schiedsrichter hat das dann auch fünf-, sechsmal im Wagen gesehen. Ich kritisiere eigentlich die Schiedsrichter nicht, das ist ein sehr schwieriger Job, das wissen wir. Ich glaube, das Unentschieden trägt eigentlich dem Spielgeschehen Rechnung. In zwei Wochen haben wir das nächste Spiel. Und wer wird dann der Favorit sein, auch in der Europa League? Ja, wir haben noch zwei Spiele vor uns. Es ist gut, die Gruppenphase gut zu absolvieren. Und dann kommt es darauf an, wie kommen wir weiter. Wir haben noch viele Spiele vor uns. Es kommt noch eine Ausscheidungsrunde. Wer weiß, es kann noch gelbe-rote Karten geben, es kann Läsionen geben, man kann keine Vorhersagen treffen. Aber ich glaube, beide haben ja die gleichen Absichten. Wer außerhalb einen Punkt gewonnen hat oder dann zu Hause gewinnt, das ist sehr gut. Aber wir sehen, dass Betis sowohl zu Hause als auch auswärts gut gespielt hat in diesem Jahr. Und ich glaube, sie werden mit der gleichen Einstellung auch in Deutschland auflaufen und spielen. Und ich glaube, es geht auch in Deutschland. Vielen Dank.